Sie kennen sicherlich die folgende Situation. Jeder Betrieb ist einzigartig und hat andere Anforderungen an das Thema Spurführung. Ist man hier auf ein System festgelegt, werden Verschattungen, Störungen oder mangelnde Netzabdeckung schnell zum Problem. Was also tun? Fendt lässt Ihnen mit PowerPlus und ProfiPlus-Schleppern die Wahl. Sie entscheiden, welcher Korrekturdienst für Ihre Anforderungen der geeignetste ist. Novatel ist ein äußerst günstiger und smarter Receiver. Er nutzt in der Standardvariante die EGNOS- und VAS-Genauigkeit mit einer Spur- zu Spurgenauigkeit von ±20 cm. Die Aufrüstung auf RTK ist kein Problem. Damit erreichen wir eine Spur- zu Spurgenauigkeit von ca. 2 cm. Der Receiver ist per Funk- oder SIM-Karte erreichbar. Die Spurgenauigkeit bleibt bei Signalabriss etwa eine Minute erhalten. Der Trimble Receiver bietet noch mehr Möglichkeiten. Neben den Standardvarianten EGNOS und VAS kann mit der Variante Standard auch der Korrekturdienst Rangepoint RTX mit 15 cm Spur- zu Spurgenauigkeit genutzt werden. Das Signal ist im ersten Jahr kostenlos. Die Aufrüstung auf Centerpoint RTX bringt eine Genauigkeit von ±3,8 cm. Und mit Centerpoint RTX Fast erreicht er die gewünschte Genauigkeit noch schneller, in unter 4 Minuten. Bei der Aufrüstung auf RTK bleibt Ihnen je nach lokaler Infrastruktur die Wahl zwischen N-Trip, Funk und zusätzlich stationären Trimble-Netzwerken. Die Trimble X-Fil-Technologie sorgt auch bei Signalabriss rund 20 Minuten lang für nahezu volle Spur- zu Spurgenauigkeit. . . . . . . Untertitelung des ZDF, 2020